Es ist immer die gleiche Sache mit den Nanas. Wenn du eine besitzt, du siehst zwei. Es gibt noch eine, die dich schaut. Und die, die du möchtest, dich nicht schaut. Und du schaut nicht. Morgen. Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja, eigentlich schon. Wie spät ist es denn? Zu spät, wir müssen los. Würfeln. Weiß. Fahrt von Mailand nach Monte Carlo an einem Tag. Erste Aufgabe. Kauft für den anderen für 100 Euro Bad Taste Klamotten ein und lauft damit den ganzen Tag herum. Kauft für den anderen für 50 Euro Bad Taste Klamotten ein. Wir haben hier jeder 50 Euro, die wollen wir loswerden. Für den anderen. Wunderbar. Wunderbar. Der Preis ist unglaublich. Wunderbar. Er ist so viel hässlich. Na? Und? Fertig? Ja. Ja? Du hast ein bisschen lang gebraucht, ne? Ich habe bei Walter noch ein Panini bestellt. Eigentlich müssten wir uns jetzt jeweils umziehen und umgezogen hier hochkommen. Who looks better? Him? Or me? An diesem Punkt wir stehen! Nee! Nee, ich benutze!